Ich lerne Deutsch. Nummer 8385 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich weiß nicht, was ich noch tun kann. Rolf ist so unzuverlässig. Mithilfe eines Mikroskops sehe ich die kleinsten Dinge. Mithilfe eines Mikroskops sehe ich die kleinsten Dinge. Dies ist eine einmalige Gelegenheit, die sich nicht wiederholen wird. Dies ist eine einmalige Gelegenheit, die sich nicht wiederholen wird. Mein Haar ist ganz natürlich. Mein Haar ist ganz natürlich. Mein Haar ist ganz natürlich. Ich lasse es mir seit Jahren wachsen und habe es noch nie gefärbt. Ambition ist der Schlüssel zu persönlichem und beruflichem Wachstum. Ambition ist der Schlüssel zu persönlichem und beruflichem Wachstum. Ambition ist der Schlüssel zu persönlichem und beruflichem Wachstum. Durch die tägliche Recherche im Internet bilde ich mich weiter und kann auch als älterer Mensch mit den jungen Kollegen mithalten. Nachhaltige Forstwirtschaft zielt darauf ab, Wälder so zu bewirtschaften, dass sie langfristig erhalten bleiben. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.